Wie tauscht man die Patronen bei einem HP-NW-Drucker? Das ist relativ einfach. Ich habe ja hier oben meine Scanner-Abdeckung und wenn ich ein bisschen tiefer greife, kann ich den kompletten Kopf anheben und habe dann eben Zugriff auf das komplette Innere. Jetzt sehe ich schon, da sind zwei Patronen drin, die hier mit so einem Hebel festgehalten werden. Das heißt, ich öffne den einfach und dann fallen die mir praktisch schon entgegen. Dann kann ich die Patrone einfach entnehmen und auf den gleichen Weg auch wieder einsetzen. Das heißt, ich lege sie praktisch nur hier rein und durch den Hebel wird sie reingezogen und dann eben arretiert. Und das gleiche gilt natürlich hier auch mit der schwarzen. Reinlegen, Hebel und dann wieder zum.